Wird der mehr aus als dieser Große am Anfang? Das hat zu viel gekostet an Energie. Das Spiel hasst uns heute. Aber wir haben jetzt einen Weg nach oben. Glaub ich. Ja. Oh, ich will nicht mehr in die Schule. Irgendwann haben wir eine Tastatur gefunden. Ein Hinweis, ein Hinweis. Okay, ich halte durch. Oh, Alter. Ob der lebt? Ich glaube, nein. Der hat sich zu sehr auf den Grill gesetzt. Ein Medikid. Hier sind wir falsch. Hier brauchen wir dieses därmliche Ventil. Da ist es. Hä? Nee, wir müssen ganz außen rum gehen, anscheinend. Das war die falsche Granate. Na, 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 na. Die andere wollen wir. Hier. Ja, wir konnten das überleben. Also ohne Scheiß. Da ist ein Psychopath reinläuft. Und dieses ganze... Kann man irgendwie durch oder so? Kann das so etwas mit sein? Hallo? Das funktioniert nicht. Aber hier. Oh. 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 Das war's bestimmt nicht. Ich stelle wieder auf. Ja, so langsam dürften wir ruhig mal diesen Schalter sehen. Äh, nicht den Schalter. Dieses Ventil. Da ist es, da ist, da ist, das ist. Oh mein Gott, wie geil. Ja. Ja, Mission ist hier abgeschlossen. Da ist nichts mehr. Da hätten wir den Gang versteckt. Alles klar, komm jetzt durch. Und wir sterben, wenn wir das Teil berühren. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Kackwanne. Ist irgendwas drin oder was soll ich hier machen? Ist er da durch oder was? Das kann ich ja mal benutzen. Nutzen wir das für ein bisschen und dann machen wir so. Das dürfen wir hier hochlautschen. Cool. Wir sind immer auch in der Schule. Der Psychopathen. Hey, schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Oh, das ist schon wieder so ein psychopathischer Schock. Hä? Ja, ey. Geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich nur Ruhe. Lass mich nur Ruhe. Lass mich nur Ruhe. Schlag ihn doch. Ja, ich bin gestorben. Ich habe den doch geschlagen. Die hat mich gefressen. Die hat mich gefressen. Krank. Hallo, wieso schlägt er denn nicht? Schlag doch. Ey, toll. Jetzt darf ich diesen ganzen Schock nochmal machen. Ist ja in Ordnung. Hey, schön, dass du hier bist. Keegan, was ist los? Hey, ich bin. Geh, geh, geh. Weg hier, wo du schon machst. Ekel, geh. Ich wollte mich schon wieder anfassen. Was ist mit dir? Grundschule abgeschlossen. Von dem, wo wir jetzt hinkommen. Keegan? Nein. Mist. Beckett, du bist okay, oder? Ich muss Keegan zum ABC zurückbringen. Beckett, dieser Snakefist könnte uns vielleicht heil hier rausbringen. Tu, was nötig ist, damit er abhängen bleibt. Naja, Leute. Ich würde einfach mal sagen, dass es hier dann im nächsten Part weitergeht. Mit dem psychopathischen Terror von Alma und psychopathischen Durchdrehen, Crackhöhlen, keine Ahnung. Anfälle, je nachdem, was dann kommt. Und ja, also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.